Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge zum Conan Battle Pass. Ja, diesmal geht es wieder um eine neue Herausforderung und zwar darum, dass wir schwarzes Eis sammeln müssen. Ihr seht schon, drei habe ich schon mal gesammelt. Das ist eine seltene Herausforderung, gibt uns 70 EP. Und ich zeige euch das mal eben. Ich stehe hier genau auf M, Vimata 12. Das ist hier oben rechts, das ist genau da, wo die Höhle der Wolfsmenschen auch ist. Hier oben im Nordosten im Endeffekt von der Insel. Und ihr seht schon im Hintergrund, drei habe ich bereits abgefarmt. Hier sind ganz viele Vorkommen von schwarzem Eis. Ich werde mal eben mit euch zusammen die restlichen hier noch machen. Da haben wir schon mal vier durch. Zehn insgesamt müssen wir machen für den Battle Pass. Das wäre dann fünf. Das ist sechs. Da ist sogar auch noch ein bisschen Schwefel. Also hier ist von allen etwas. Rote Blumen, lilane Blumen. Ich komme gerade nicht drauf, wie sie heißen. Das war jetzt die acht hier. Das war neun. Aber man muss auch dazu sagen, es ist natürlich, wie ihr schon im Hintergrund seht, nicht so einfach hier rum zu laufen, beziehungsweise hier hinzukommen. Es sei denn natürlich, ihr seid im Admin-Modus. Da könnt ihr alles machen, was euch beliebt. Beziehungsweise... Ach, da hinten ist der letzte. Beziehungsweise das entsprechend einstellen. So, ja. Und wie ihr seht, solltet ihr das hier machen wollen, hier habt ihr dann direkt alle zehn, die ihr braucht, auf einmal drin. Ja, ich hoffe, dass euch das Video weiterhelfen konnte. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut euch auch gerne die anderen Videos zum Thema an. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.